ja guten tag bern salzberger ist mein name infektiologie und ich möchte ihnen heute die frage beantworten kann ich mich mit dem astrazeneca impfstoff impfen lassen der impfstoff hat eine ganze menge an negativer presse bekommen und das macht es manchmal schwierig das zu beurteilen warum gibt es eine schlechte presse für diese vakzine und da gibt es zwei zwei große gründe zum einen gibt es ein missverständnis über die bedeutung der wirksamkeit in diesen studienergebnissen da will ich gleich im weiteren noch ein bisschen darauf eingehen aber es gibt auch fehler die die firma gemacht hat oder die die entwickler gemacht haben die haben während der impfstudien wirklich eine schlechte kommunikation wird betrieben die haben zum beispiel in einem telefonat mit der amerikanischen zulassungsbehörde nicht erwähnt dass sie vor einigen stunden die ganze ganze impfstudien angehalten haben und die fda also die zulassungsbehörde hat daran davon dann zwei stunden später aus der presse erfahren was natürlich einfach eine unglückliche situation ist die studie zur prüfung mit über 30.000 menschen in den usa ist dann auch angehalten worden ist erst im dezember wieder gestartet und wir erwarten die ergebnisse ungefähr in den nächsten zwei wochen erst also die größte studie mit dem astrazeneca im stoff die steht eigentlich nur aus natürlich kommen danach viele viele sicherheitsdaten hinterher und diese vielen kleinigkeiten unter anderem auch eine falsche dosierung in einer teil studie ist von der presse sehr sehr kritisch aufgenommen worden sehr sehr schlecht kommentiert worden und dann haben sich auch noch einige wirklich schlecht informierte experten zu wort gemeldet jetzt der funktionäre die gesagt haben das wäre keine geeignete impfung für medizinisches personal und das kann man eigentlich nicht so unterschreiben das sind wirklich schlecht informierte experten und sie können sich dann gleich selbst ein bild davon machen